Hallo zu Leuten zu einer weiteren Folge, TTT, heute mit relativ vielen Leuten hatten wir lange nicht mehr, nämlich Eri, Mügig, Schiri, Anna, Magnus, Frigo, Nico, Daylo, Carol und Manny Bosch, guten Tag. Dieses Video ist gesponsert von NordVPN. Ach, die Knappe. Mit Josch TTT erhalten Sie 70% Rabatt plus ein Artist-Moder bei Rage Shadow Legends. Okay, das wäre natürlich schon cool, aber nein. Nein, aber nein, kriegt er nicht. Was? Soll ich mal anfragen bezüglich des Best-ofs, Kappa? Ja, mach mal. Ja, bitte. Bitte, frag mal an, ob wir von Rage Shadow Legends das Best-of gesponsert kriegen können. Oh Gott, da hatte ich jetzt nur nicht dazu Werbung. Das wäre, ich muss halt sagen, ich habe nichts gegen Rage Shadow Legends. Ich finde das eigentlich sogar ganz solide. Ganz solide, das ist ein solides Spiel, definitiv. Ich habe es nie gespielt. Ich auch nicht, aber... Ich habe es nicht gespielt, weil mir die Art-Spiel einfach auf Dauer keinen Spaß macht. Also nicht so viel Spaß macht. Aber ich habe nicht Geld dafür bekommen. Hier ist ja wie man das Gericht gespürt. Nee, also, ich habe meine 1, 2 Spiele schon mal gespielt in der Art und Weise. Daniel ist Traitor. Ähm, und im Endeffekt sind sie ja gar nicht so unterschiedlich und wenn du eins davon spielst, reicht es erstmal, ne? Ja. Und jetzt kommt noch ein echter Tester. Und jetzt kommt noch ein echter Tester. Genau. Merkt auf dem... Bethesda? Bethesda? Ich würde sagen, die Shotgun ist nur Gericht. Habt ihr confirmed? Habt ihr confirmed? Ja. Dann lebt er wieder. Nee. Nee, beide sind... Ich sehe die bei mir... Warte mal, ich sehe die bei mir im Scoreboard, ne? Ja. Ja, da ist keiner tot. Ich sehe die bei mir im Scoreboard auch als noch lebend, aber die sind tot. Die liegen hier noch. Okay. Interessant. Es ist so schön, dass wir endlich mal wieder TTT ohne Komplikation spielen können. Ja, genau. Ohne... Ist das jetzt das gleiche wieder, wenn die im Totenschild schreiben, dass wir es sehen können? Oh, das könnte die erste Runde sein. Dann... Schreib... Schreib mal was, Dello. Schreib mal, wer der letzte T ist. Oder Jack. Nee, kurz. Ich glaube, der letzte schon geschrieben hat. Achso, komm. Ich glaube, es ist... Wir sind unschlagbar. Es müsste was geschrieben worden sein. Damals wärst du gelaufen. Hallo, das ist Privat. Ich bin Pädophil. Naja, ich lass euch da mal privat kuscheln. Alles gut. Jetzt ist es auch auf TTT auf Namus in der TTT auf Namus. Jetzt kannst du dich nicht mehr rausreden. Ich bin eine Kunstfigur. Was? Okay. Kunst ist immer sehr... Subjektiv. Skurril. Ich bin sogar so intelligent. Ich habe einen TTT von Deutsch. GG. Danke. Das war eigentlich... Oh, wer ist denn da jetzt gerade runtergefallen? Das war der Eri. Aber der hat es überlebt. Aber irgendwer hat da... Also... Irgendjemand hat auf mich geschossen. Okay. Ich sag eins, ich konnte nur in den T-Chat schreiben. Okay, ja, das dachte ich mir dann schon, aber... Ja, stimmt ja. Warum haben beide T's als einzige Minuspunkte? Weil... Nora... Nora... Ja, ich war... Ich war irgendwie total verwirrt. Das war meine Schuld. Ich habe irgendwie nicht gecheckt, dass ich T bin. Wow. Das war so richtig geil. Auch besser. Und dann kam Shiri mit ihrer Shotgun. Aber... Gut, dass das mehr nicht passiert. Okay, wir reden über Nora drüber. Ist sicher irrelevant, was die jetzt sagt. Von daher reden wir lieber über Apfelsaft. Auf mich wurde auf einmal beschossen. Das war dein und... Ich persönlich bin ein Freund von Apfelsaft, ja. Frigo mag auch Apfelsaft. Schön schaumig, wenn man's in... Oh, wenn's in drei Tage lang geschlafen hat, ne? Boah. Bar. Es sind noch halb. Danke. Also meinen Apfelsaft mag ich am liebsten mit Fruchtfleisch. Tja, ich möchte nur sagen, wenn... Was? Wenn du so ein Schimmelpelz drüber isst, ist es nicht schaumig. Mit ganzen Früchten. Das Ding ist sowas sieben Wochen auf drei Reifen. No, schön. Ich vergesse immer, dass ich neben bei TTT-Aufnahmen nebenbei nicht essen sollte. Nee, allgemein. TTT-Aufnahmen sind auch das häufigste, wo ich am wenigsten Hunger kriege. Von den anderen Teilen. Also, Josche, ich finde, das ist tatsächlich eine Lüge. Weil du durchmöglich alle... Du musst jetzt einmal erwähnen, dass du Hunger hast. Ich glaube, Frigo ist irgendwas passiert. Gerade so. Das Klatschen auf dem Tisch. Er wurde... Ich glaube, Frigo war eine gewisse Rolle. Ist er auch da hoch? Nun ist der Deck für dich. Nee, ich bin der Deck für dich. Nee, ich bin der Deck für dich. Du willst du ruhig dazwischen. Das ist ja auch nicht schlimm. Okay, läuft. Oh, ist er geschossen! Irgendwie wurde er geschossen. Irgendwer hat von oben auf mich geschossen. Ich bin ein Frigo geklaut. Oh. Anna, was haben Sie sich auf Verteidigung zu sagen? Ich hab nur einen, der übermüß. Ich hab auf Carol geschossen, weil Carol Ratham ähm... Oh, ich bin Survivor. Ich bin auch. Sind sie Survivor, das junge Ratham? Ich verstecke die Leiche. Wieso? Das glaube ich ihm nicht. Hinter ihm her! Er hat sie versteckt hinterher! Credits. Ich hab ne andere Rolle. Ich hab ne Leiche. Oh, da sind Handschellen. Frigo hat Handschellen fallen gelassen. Ich auch. Ich hab Handschellen gefunden. Ah, da ist Irri. Irri hat wirklich die Leiche nur versteckt scheinbar. Ja. Ich hab Handschellen. Wer möchte Frigos Handschellen ausprobieren? Warum? Warum bin ich noch am Leben? Carol! Bist du der... Bist du der Sheriff oder der... Carol! Ich bin der Sheriff. Dann ist es ja egal. Also wenn der Dämpfete stirbt, ist der Sheriff nicht. Jetzt kannst du mal weitermachen. Das wusste ich nicht. Das war... Frigo wollte das so. Ah, okay. Was ist das? Carol redet wieder. Ja, das ist... Wie passiert denn das denn? Ja, das verstehe ich aber auch nicht, Irri. Oh, guck mal, guck mal. Carol ist... Carol, ich hab dich wiederbelebt. Was? Ich dachte nur Magnus! Nein! Okay, jetzt seid ihr beide low. Uff. Und wenn ich HP habt ihr auch... Aa! Aa! So. Dafür mach ich jetzt nur. Ich seh nichts! Okay, ich lass euch in Ruhe. Warte mal, hab ich was zum Heilen für euch? Ist Josh eigentlich noch am Leben? Ja! Ich hab nochmal eine Fähre mit ihm auszutragen. Eine Fähre mit ihm auszutragen? Eine Fähre! Ich hab Carol! Ah, gut gemacht. Ich hab Carol. Ah, war nicht, gut gemacht. Bitte. Okay. wer ist der letzte der noch lebt ich habe noch ja 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 warte mal eben kurz ich will man muss mal gucken dann kann man zu verlieren das hat mir ja was geklaut wo ich sehr pisst gerade drüber bin jetzt 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 kann sich mein weg abschießen die runde davor war ich halt irgendwas nicht nicht float ich war eigentlich eigentlich war ich ja ein anderer oder noch eine an was gab es was gibt es noch und dachte so ja du hast du hast ja kein falsch schaden fang an zu springen guck so runter meditate ich hab sie nicht wiedergefunden sie war weg das ist wirklich belastend was denn ich werde dich essen wenn du das tust ich werde dich mit nur was hier oben markus sagen was so ja ich war tee und besagte person die du die du vielleicht auch gesucht hattest was ist es auch das habe ich mir schon fast schrecklich dass daily trader ist ja schrecklich das sind die eigentlich für eine kuschelparty aber das gute ist ich bin jetzt auch quasi bei josh im team kuschelpartys anna ich komm mit ich bin der bodyguard von magnus kuschelpartys aber ich habe keine ahnung wo magnus ich bin in einem kopf fahren ja was ist denn da die sniper hebt die mal auf durch die mal aufheben ja hebt mal auf oder brennt hilfe ich wollte gerade sagen hier brennt auf einmal was war das denn ich hab noch gut so lange schieridee ich hab noch nie das Richtig, richtig gut hier. Wie war das? Alles ist gut, solange du wild warst oder so? Ich weiß nicht, wie das ging. Hallo, Magnus. Hallo, Yoshi. Alles ist gut, solange Schiri kein Schneemann geworden ist. Schneemann. Kein Schneemann geworden ist. Schiri, zielt aber verdächtig hart mit ihrer Shotgun auf dich. Ja, du zielst mit deiner Tiefel auch verdächtig. Also ich würde ganz ehrlich sagen, ich bin euch alle ziemlich verdächtig. Du da! Kerl ist mal umgeguckt. Warte mal, du hast, Magnus, du hast Kerl? Nein. Wer war das denn? Warum machst du denn so was? Mann, was? Wir hätten gemeinsam gewinnen können. Gemeinsam. Warum hast du mich angegriffen? Warum greifst du mich an? Ich habe dich nicht angegriffen. Du hast mich angegriffen? Nein. Ich habe einmal Anna mit dem Schnee. Nein, selbst das nicht, mein Liebling. What? Ich habe Anna gehauen, weil Anna angefangen hat zu schießen und ich glaube, Schiri hat neben uns gerade jemand anders erschossen. Du hast mich verbal... ...verbalhast mich an der Schreie ist. Nein, ich bin ein Bodyguard. Und ich bin ein Toastbrot. Dann war es Flowwire, der ist oben auf diesem Schild. Oh, da ist ein Punkt. Ich brauche, ich brauche. Ich brauche. Ich brauche. Ich brauche. Oh, ein Appel und full Appel. Yes. Darf ich rein? Danke. Okay. Oh, Magnus, warum schießt du jetzt auf mich? Warum denn nicht? Ach, du sowas nicht. Eri war auch ein bisschen umgekippt. Wow. Alter Vater. Mein Aim ist heute wieder minus sieben. Das unterschütze ich. Ja. Ich nicht. Oh. Das ist ja wohl eine Frechheit hier. Habt ihr beide jetzt alle getötet? Nein. Ach, die Frü... Magnus, du bist böse, oder? Magnus ist böse, glaube ich. Nein. Zumindest nicht gegenüber Schiri. Die töte ich erst gleich. Was? Hä? Nein, Schiri. Ich möchte erst mal noch Jotty töten. Hä? Ach so. Danke, Schiri. Ich bin trotzdem gestorben, obwohl als Magnus gestorben war. Was ist das denn für Bullshit? Der war doch gar kein Schiff. Ich finde schön, dass Niko den Bodyguard vom Dete geschützt hat. What the fuck? Ja, das sah so aus, ich hätte eine AK in der Hand gehabt. AK ist auch eine Legend-Waffe hier. Ja, die liegt auf dem Boden. So. Und dass ich gerade mir als ja, Deputy schönen Gleiter holen konnte. Sprinten und Gleiten. Das war richtig nett. Niko, ich habe eine AK in der Hand. Ich möchte nicht noch was stellen. Ich habe etwas geschossen, aber ich wusste nicht im Bastion. Dann habe ich dich nicht geschossen. Der war böse. Der war doch freundlich. Ach, guck mal. Yoshi. Magnus. Willst du doch auch so eine Runde haben? Eri. Magnus, ich kann... Magnus, ich kann... Aber nicht deiner. Eri. Auch nicht meiner, leider. Aber nicht meiner. Aber Eri. Eri, Eri, Eri. Du bist doch Bodyguard. Ne? Hier. Ich komme jetzt zu... Ich bin jetzt Eri's Anhang. Yoshi, du gehörst zu mir. Was heißt denn jetzt? Yoshi, du gehörst zu mir. Okay, okay. Gut zu wissen. Du gehörst zu mir. Okay. Okay, okay. Das heißt, ich gehöre zu Eri. Und Eri ist Noras Bodyguard. Und sie ist Deputy von Magnus. Heißt, wenn Magnus stirbt, wechseln wir zu dritter... Ne, wechseln wir beide das Team zu zweit. Okay, ich verstehe. Ich verstehe nichts mehr. Alles klar, holt ihn euch, holt ihn euch. Magnus, Josh und Eri und Virgi. Wir sind eine, vier. Ich bin auch Inno-San. Ich bin auch Inno-San. Und man muss sagen, Rögen ist vorher Tracker. Ich gebe dir Waffen. Ich schicke Waffen runter. Oh ja, geil. Ja, stimmt. Wirklich, wir waren da. Nein, nein, nicht dir, Daniel. Ich habe keine Ahnung. Achso. Okay, alles stimmt. Anna, warte, warte, ich droffte dir. Ich wege nicht so ein 31er. Und das... Barsch. Jetzt willst du sagen, ich war böse, weil ich Frigo geoutet habe. Hallo. Nicht so laut. Warte mal, die Frage ist, warum wird Magnus mir jetzt nicht mehr als Sheriff angezeigt? Das wird mir, wird mir, wird mir noch, wird mir noch, wird mir noch. Ich schicke im Auszug fest. Kann mir jemand helfen? Bei mir wird nur, bei mir wird nur Virgi als Sheriff angezeigt. Hallo Anna. Bei mir ist Eri Deputy. Nein, Eri ist... Was? Eri ist ein schlechter Mannigart. Äh, ja. Ich bin froh, dass dieses Spiel so wenig Bugs hat. Ja. Ja. Das ist toll. Hallo Schiri. Oh, shoot faster. Okay, dann hast du dich auch immer. Selbst wenn ich sterbe, kann ich dich noch beschützen. Und wie? Ja. Und wenn der Tag. Komm, ich verfolge dich einfach. Wenn ich sterbe, ist Schiri ein bisschen böse. Ich vertraue dir. Aua, Schmerz, Schmerz, hat sich euch wohl angeschusst. Schon wieder? Haben wir die gleiche Runde fast schon wie vorher geschossen. Warum nicht? Was? Anna, warum? Habt ihr nichts gemacht? Ah nein, sie hat... Ne, das ist... Halt dich nicht aus, Parklos. Ja. Ich bin runter. Schiri hat mir vorhin meinen Schottgang geklaut. Danke. Ich weiß, dass du mir die Schottgang geklaut hast. Nein, du hast mich nicht geklaut, Schiri. Ich hab deine Schottgang nicht geklaut. Du musst mich nicht ausgürzen. Ja, ja. Wobei wir den Schottgang schießen können abkürzen sollten. Es... Oh. Hier liegt abgesehen, man hat auch noch eine Schottgang oben. Wait. Was tut ihr hier? Warum hat gerade der Dieter nicht geschossen? Ah, nicht schon wieder. Riggor, versuchst du, dich einzulernen. Nein! Wie bitte? Ich hab ja nicht einmal geschossen bisher. Ja. Da ist doch nix. Ich will so, so wie Prost, weißt du so. So. Ja, ich will für eine Spaßparty, ey. So. Ich bin weg. Ich werde noch schneller. Okay, Riggor, ich gebe dir jetzt die Stammzelle. Holy shit, Riggor, was ist gut bei dir? Irgendwie sollte ich mal rausgehen? Kannst du mal hochkommen? Hier liegt noch eine Stamm. Oh, warte mal. Kann ich das... Jetzt die Frage, kann ich hier hochklettern? Was zur Hölle, Josh? Yeah! Anna ist tot. Och nein. Anna ist tot. Anna war böse. Oh, was, Anna war böse? Oh, das ist mir fast nicht aufgefallen. Sie wollte doch gerade noch eine Shotgun holen. Ja, ich hatte auch, sie kriegt noch alles. Ja, aber wird sie gekillt? Ich hab sie getötet. Weil sie ich nicht angegriffen habe. Sie hat Wirgi angegriffen mit Explosion. Ja, und dennoch, sie wollte ihr Shotgun abholen. Nee, gut, also wenn man Wirgi angreift mit Explosion, dann... Achso, mit Explosion. Ja, die hat ja immerhin gerade einen Bodyguard. Und dann hat er nur seinen Job gemacht. Erich, wie viel verdienst du da? Yeah. Scheinbar genug. Leute! Zur Info, das mit der Explosion war Carol nicht ich. Achso, ja, okay. Ich hab nur auf Anna geschossen, als Anna auf Delo geschossen hat. Und dann dreht Delo sich um. Oh nö, das war eine Shotgun. Ich so, hä, ich hab voll auf dich geschossen. Aber okay. Dann schieß ich sie nur an. Letzte Runde auf dem Map. Carol und Anna stehen so im Bett drin. Ich sag, sie Wirgi so rauskommen. Wirgi läuft raus. Explosion hinter Wirgi. Wo ist da ein Bett? Hä? Da unten ist ein Bett? Ja. Hm. Wo der Laptop drauf ist und so, das ist ein Bett. Das ist ein Kinderzimmer, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Da ist ein Schrank und ein Bett und da sind Poster. Jetzt will ich gerade mehr, Schiri. Jetzt will ich keine. Ihr Sausäcker! Sehr gut, dann nicht. Was? Ihr Sausäcker? Wobei man tatsächlich sagen muss, ich finde, man kann die Poster nicht als Poster erkennen. Das sieht aus wie so dieser Teststreifen im Fernsehen. Das Code, der da an der Seite angezeigt wird. Habt ihr Josh schon umgebracht? Josh hat es untergefallen. Der Chaos war böse. Ja, die Chaos-Theorie und so. Ja, stimmt. Böser Fricko. Okay, Leute, ich kann was machen. Dann lebt Joshi wieder, tötet mich jetzt einfach nicht. Okay, gut. Wo ist er? Er kommt auch. Er ist weg. Er ist einfach weg. Er ist einfach weg. Das ist ja disturbiert. Ja. Ich bin kein Ziel. Um das kurz zu sagen, ein Survival ist und wollte ich gerade defibrillieren. Warte, ich kann es auch. Wo ist er denn hin? Daylo. Daylo. Ich traf dich nicht. Warte mal. Entschuldigung, Josh. Ehrenloser Spastik. Du kennst Peter. Ähm. Unauffällig, Anna. Ähm. Unauffällig. Ich bin gestorben. Niko schießt auf mich. Niko schießt auf mich mit deiner Pussy. Ego schießt auf mich. Nein. Was? Was ist? Josh, was? So eine Pussy oder was? Ego schießt. Hufa. Ich wusste gar nicht, dass Josh Nikos Pussy ist, aber... Was? Ja, wer ist das denn? Niko, bist du gut oder böse? Ich finde, ich finde, die Josh hat mehr weibliche Charaktere. Ja, Magnus liegt hier auch. Magnus liegt hier auch. Klang sehr autistisch. Äh, authentisch. Nicht autistisch. Du hast... Ich glaube, da wird geschossen im Aufzug. Niko! Niko, doch besser, Sir! Du kannst mir nicht, du kannst mir nicht... Du kannst mir nicht, du kannst mir nicht... Du kannst mir nicht... Kacke! Gut gemacht, Wirki. Da ist ein Vertrag. Ah ne, er war der Bodyguard, der Leif. Hacker! Mach den E-Bot aus. Nimm mein Geld! Oh, was? Wo, was? Ah! Da hab ich mein T-Kollegen... Ja, okay. Da ist er selbst schuld. War ne schöne Granate, so um zwei Ecken. Wo bist du denn, Birki? Oh! Es war schön, wie die Indo sich gegenseitig ausgeschaltet haben. Und die Tees. Oh Gott. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauer dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Und 즐ہ teaching! Bye, bye! Auf Wiederhönung. Bis zum nächsten Mal. Tees! 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 Vielen Dank.